hallo und willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal gefordert gleich heute spielen wir gegen ruhe feier 2 ist das das wird ein extrem enges menschen muss tausend punkte oder nicht so viele punkte aber die können ich weiß also wir versuchen die sind die ganze zeit aktiv ja ja die sind die ganze zeit auch schon aktiv genauso wie wir so jetzt muss ich erst mal überlegen damit mr business ist natürlich schon mal ziemlich geil ja aber der prinzip peter kann jetzt auch nicht so machen und der baum wird wieder heilen was ist denn das für eine schlechte frise domenius guck dir die mal an ja halt einfache free combo dann war das jetzt oder so naja gut das sind halt diejenigen die denken oh sport baff jetzt muss ich alles einpacken was irgendwie mit dem ding zu tun hat ob das sinn macht oder nicht jetzt erst mal egal naja und so ist es halt nicht es ist nicht egal ich muss nicht ab jeden schrott reinpacken nur weil es was zufälliger weise rost da finden und die eugene welcher hatte ich diese probleme ich habe das auch ein sport kann nein das ist nur musik musik ja da kann ich nichts mehr machen keine chance was euch dagegen tun das match habe ich verloren scheiße ja was soll ich denn dagegen machen dagegen kannst du nichts machen wenn das ding auf 1 landet dann was damit rechnest du jetzt nicht dass der damit so einem schrott kommt wir gehen aber da irgendjemand kämpft gerade noch mit hier und wir gehen gerade in führung so wie es aussieht jetzt gibt es verschiedene taktiken ich gehe jetzt auf die first hit taktik und die hat gerade so funktioniert bei dem gegner ja und das sieht echt gut aus aktuell jetzt mache ich noch das damit hinzu und das match sollte jetzt auch gleich gewonnen sein ja wohl mit einer glatten 100 wenigstens das jetzt hier kommen das gewinnen wir gegen via feier wir feiert so you are feier and we are the water so hoffe ich zumindest wo die kämpfen auch die kämpfen auch das wird echt eine heiße kiste werden das wird das wird eine mega heiße kiste werden unfassbar ich hasse es ich krieg keine charakter karte und der kopf mit der paddelnden pg aber der ist jetzt weg der ist weg der pg ist weg so und jetzt jetzt noch sexualkohle peter zum punch von der seite und jetzt habe ich das ding doch noch gewonnen das kann ich wahr sein nicht noch mit verlieren kann ich mir nicht erlauben sie das gelaufen nein kann ich mir auch nicht erlauben 94 wenigstens gold kommen baby das ist wenn man wahrscheinlich zu schnell für das spiel ist alter falle dass das ist ein offener schlagabtausch jetzt hier gerade das ist ein absolutes heads up ja auf jeden fall oh mein gott so was das ist das schlimmste was es gibt ja wo ist das schlimmste was es gibt das sind so diese harte tech geschichte ich hasse das wenn du ja gut was soll ich denn da alter das ist auch wie der schlimme tina was willst du mal nein ich will das nicht verlieren ja schlimme tina was willst du denn machen alter legt mich doch ich hasse ich hasse ich hasse ich hasse ist ja das kann ich mir jetzt gerade gar nicht erlauben mann oh mein gott guck mal wenn das jetzt 100 punkte gewesen wären ich raste gerade aus ja dem chef dabei zugucken wir scheiß wort guckt jetzt wissen wir wieder wieder heißt das war der wo ich vorhin gesagt habe hier der marmelade marmelade heißt das ding genau die ist nämlich mega geil eigentlich marmel da heißt einfach hasch marmelade so und jetzt macht irgendwas hier ein bisschen mehr sind wir sind das jetzt so machen nacktsalzin ist mega ich weiß dass die mir alle in dieser namen nacktsalzin ist geil das geil nacktsalzin ist geil mach ich jeden abend so so mein gott oh mein gott jetzt immer in führung gegangen wir sind wieder in führung gegangen wir sind in führung gegangen ja was heißt irgendjemand kämpft er gerade mit irgendjemand kämpft damit irgendjemand kämpft gerade mit und wir sind jetzt auf jeden fall erstmal in führung gegangen das ist natürlich auch wissen das mache ich das auch geil aber das ist noch viel geiler kommt immer an den one man music oh das war die richtige entscheidung one man musical das war die richtige entscheidung gewesen absolut korrekt korrektamente so und jetzt ist das ding hier gewonnen ja man ja man ja man ja man ja man 100 oh mein gott oh mein gott oh mein gott mein blutdruck ist gerade auf keine ahnung bei denen steht es bei denen steht es alter 16 minuten noch bei denen steht es bei denen steht es wir können das wir können das schaffen wir können das schaffen wir können das schaffen es wäre der hammer das wäre das wäre echt geil es wäre echt echt geil nein 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 das macht die man nichts cool auf den glaube ich nein lass mich mal kurz überlegen lass mich mal kurz überlegen ich mach das hier ist doch viel besser so terrestrial allerdings mit zur surfer frei so jetzt dass man überlegen dass man jetzt kann ich ja dass wir jetzt ist natürlich es ist natürlich mega okay ja so und jetzt haben wir und die luise so dass wir jetzt echt gut gelaufen ich bin so happy wenn wir das gewinnen und stehe so unter strom gerade ohnehin die kämpfen auch nein 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 ja toll was hilft mir ist ich habe noch ich kann eben noch jetzt hier zwei matches dann ist das ding hier rum hatte was ist jetzt los warum leckst du so langsam willst du mich jetzt verarschen ist am besten die netzwerkverbindung weg oder was dann kurz so immer eine gute taktik erst einmal nebendran etwas was alter jetzt keine scheiße so kommt das ist eine glatte 100 ja gleich los macht los wenn das mensch ist für uns auf geht's so scheiße nur noch dann diesen so knapp allein aber er kämpft noch jemand so wie das aussieht bei uns doch 424 waren das jetzt im kader und davor hatte ich doch davor waren doch war der abstand doch klein aber irgendwas mit 200 hat er was mache ich was mache ich was ich meine kann ich dann noch machen gleich jetzt muss er erst mal den da weg ballern genau da kriege ich noch den die die rama kann noch und kann noch mal heilen und unter drei schaden das hammer so und jetzt jetzt heißt es wangen bieten mögliche so 424 es ist das ist das kämpft nur jemand 424 611 jetzt gucken wir mal ja gut die werden wahrscheinlich auch kämpfen wenn jetzt 37 von den haben angegriffen und bei uns kathleen wieder mal eine tausend so congrats karten manu bayer nati nade bbb gabriel die zartos raffi trafi jesse r kenberger player wer ist charlin dantemann alexander x 3 3 fuchs will hast nach chino probos sie mal mag oder 500 looking wenig lord universe georgios albertus eisenzwerg stu ioschi mark faule tobelli hergleich zwei andrelo quackmüller hausen oder diesmal nicht viel 38 die linie von service nüsse tut hamas und wieder namen und fehlen aber diesmal einige ok naja es sind noch zwölf minuten aber da wird jetzt auch nicht mehr so viel glaube ich kommen also zwölf minuten und das ding ist ein mega hat ja gut das wird jetzt mega spannend glaube ich oder wie das ganze hier ausgeht so nein nein das war einfach weil ich länger weil ich jetzt gerade länger vorgelesen habe das ist eine sei denn da steht jetzt 37 waren sie immer 36 37 wo das können natürlich die beiden da unten seine club testig und shop dog elf minuten noch brauchen nur noch oh mein gott das tut echt weh ja und an der stelle klinken wir uns dann jetzt aus wenn es euch gefällt dann wünsche ich mich dann bei den liken auf und kraftfreuen bis dahin haut rein und tschüss